Mein Name ist Sascha Rabe und heute mal etwas zum Thema, wie gehen wir mit Menschen um, die für sich erkannt haben, dass der Beruf des Vermögensberaters nicht der richtige für sie ist, also mit Menschen, die ausscheiden. Meine Empfehlung an jede Führungskraft, aber auch an jeden in meinem Team ist, geht gut mit den Menschen um, die ausscheiden. Fragt die, woran hat es gelegen, reflektiert und haltet den Kontakt. Oftmals sind diejenigen dann auch selber Nutzer der eigenen Produkte und es ist immer ganz wichtig, dort einen engen Draht zu halten. Also ich habe tatsächlich über alle Unternehmen, in denen ich war, immer noch enge Verbindungen zu meinen Kunden, habe auch zu Geschäftspartner, Mitarbeitern engen Kontakt, die irgendwann mal mich oder mein Unternehmen verlassen haben. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, gut mit denen umzugehen, die kommen und gut mit denen umzugehen, die auch mal ausscheiden.